Jemand der diese Dior Schuhe trägt, er fragt dich Millionen Prozent, ob er auf Kommission kriegt. Aus Nordrhein-Westfalen meistens. Ohne Scheiß. Diese Air Diors, als sie zum ersten Mal raus kamen, der Preis ist glaube ich auf 100.000 ganz kurz gestiegen. Konntest du auch nur mit so einer Dior Karte kaufen gehen, dann hatten wir die eine Woche später. Die sind abgegangen wie sonst was, aber die haben auch bei uns 700, 800 Dollar gekostet.